So, an der Stelle mal wieder eine kleine Inventarsparmaßnahme. Das bedeutet, ich werde jetzt 17 von 56 Unix öffnen und einfach die restlichen Parts dahinter schneiden. Die Unix stammen von Traga und Schwer und zwar alle von Qualvoll. Und falls sich dann bei den anderen Unix etwas geändert hat, werde ich das dann an der entsprechenden Stelle noch vermerken. Als letztes würde ich jetzt mal noch den Kriegsherrenhammer aufmachen. Der hat dreimal schlechte Waffenstärke oder Waffenschaden und einmal ganz okay Crit. Aber alles nichts weltbewegendes. Und ja, verkaufen oder einschmelzen. Momentan habe ich ganz gut Gold. Das bedeutet, ich schmelze die ein. Zumindest geht das Hinzufügen von Sachen jetzt wieder mit dem Rechtsklick, ohne dass es Probleme gibt. Den Kriegsherrenhammer könnte ich sogar aufheben, dadurch, dass er Crit drauf hat und erhöhten Waffenschaden. Und damit geht es dann weiter mit den letzten Unix, um die 56 noch voll zu kriegen. Yo, hey Leute. Ja, es geht weiter mit Leggy Items. Einfach nur ein paar Stück. Wisst ihr ja, trotzdem am Ende wurden in dem Video 56 Stück gezeigt. Das bedeutet, ist nicht das Problem, wenn ich hier nur ein paar aufmache. Das wird einfach ganz normal zusammengeschnitten. Und deshalb geht da nicht die Welt unter. Hier ist nochmal ein Kriegsherrenhammer. Der hat erhöhten Waffenschaden drauf und Crit. Das heißt, der könnte mit aufgehoben werden für Crafting 2.0. Und dadurch, dass ich gerade wenig Gold habe, verkaufe ich die ganzen Leggies auch. Und dann geht es gleich weiter mit den nächsten Leggies. So, hey Leute. Nächstes Video bezüglich den Leggies. Ja, einfach ganz schnell, kurz und schmerzlos. Wisst ihr ja, damit wir auf die 56 Stück kommen, mache ich die jetzt einfach mal kurz auf. Wird sowieso nichts Besonderes dabei sein. Sind eh alle nur von Tragan und ein bisschen von der Spinne. Genau nichts Besonderes dabei. Und dadurch, dass ich gerade wenig Gold habe, verkaufe ich die wiederum. Durch Crafting 2.0 tritt es ja immer mal auf, dass man wenig Gold hat. Vor allem, wenn man vier Legendäre zusammen craftet. Und dann das noch rückgängig macht, kostet es ja auch gleich mal 100 Gold. Und von daher geht es dann einfach gleich nach einer Überblendung weiter mit den letzten Leggies, um auf die 56 Stück zu kommen. Und dann geht es ja auch schon weiter mit den nächsten Leggies. Es sind nur ein paar Stück, aber das ist ja nicht so wichtig. Am Ende kommt man ja sowieso auf die 56 Stück. Hier ist ein bisschen mehr Leben drauf, aber trotzdem nicht so, dass ich sagen würde, das nehme ich. Und hier, naja, auch Leben drauf. Brauche ich aber nicht. Entweder Rüstung oder, ähm, was brauche ich? Entweder Rüstung oder halt erhöhten Schaden. Genau. Dann geht es dann gleich weiter mit den nächsten Leggies. Jo, an der Stelle geht es erst einmal weiter mit legendären Items. Das wisst ihr ja bereits schon, dass ich die etwas öffne. Bezüglich des Events ist ja der Inventarplatz sehr mickrig. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, einfach die legendären zusammenzuschneiden. In dem Part sind sie ja dann am Ende 56 Stück. Das ist schon eine ziemlich große Hausnummer. Ja, und das wäre auch schon wiederum das Ende. Und der Rest ist dann einfach noch mit ran geschnitten. So, jetzt kommen die letzten Leggies dran, um die 56 zu füllen. Ich habe es schon mal abgezählt. Im letzten Part habe ich ja ein bisschen mehr aufgemacht, als ich eigentlich hätte gedurft. Und ich fange mal mit den Gürteln an, an der Stelle. Jetzt sind wir auch schon bei den Panzern. Ja, der hat sehr viel Schaden drauf. Prozentschaden wäre aber schöner. So am besten viermal. Dann haben wir hier die Zweihänder. Ja, der hat wieder von allem was drauf. Das ist halt nicht so beliebt. Dann haben wir hier Leben und Crit. Und dann haben wir hier noch eine Waffenzieher. Und hier der Kriegsherrenhammer. Ist er gut oder ist er schlecht? Ja, der ist ganz stabil. Also den können wir auf jeden Fall auch mit benutzen zum Craften. Ob da jetzt was Gutes dabei rauskommt, ist natürlich fraglich. Stimmt, wir müssen das wieder mal vorher rausnehmen. Zack, 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 zack. Ach, beim rausziehen spinnt es jetzt wohl auch schon. So, jetzt haben wir es. Jetzt gucken wir erst mal. Okay, 853 ist natürlich der höchste Schaden. Der hat auch Waffenschaden drauf. Und dann bräuchten wir noch einen, der viel erhöhten Waffenschaden drauf hat. Ja, da haben wir jetzt keinen, der so richtig krass erhöhten Waffenschaden drauf hat. Ach doch, Mensch. Halleluja. Der hat viel erhöhten Waffenschaden. So, jetzt brauchen wir einen, der viel Schaden drauf hat. Der zum Beispiel hat 164 Schaden. Der hat sogar 165. Also ist der sogar noch ein kleines Stückchen besser. Würde ich die beiden hier als Nummer 1 wählen. Ja, zieh den Ring rein. Das wollen wir haben. Und ich denke mal, so passt das. Das sind es ja auch ungefähr, haben wir die starken Items hier mit vorne. Und dann gucken wir mal, was hier denn so weiter vererbt wird. Ja, 634 bis 980. Ist auf jeden Fall alles gestiegen vom Damage her. Wir haben einen schlechten Waffenschaden, einen relativ guten Schaden. Und ich sag mal, die ist jetzt nicht schlecht, ne. Die Werte sind natürlich auch nicht top, welche hier weiter vererbt werden konnten. Also da ist schon teilweise mit das Beste vererbt worden. Gerade hier die 85 Schaden. Von daher sage ich mal, die können wir ruhig mal so stehen lassen, die Waffe an der Stelle. Und dann erst mal ein kleines bisschen hier weiter gucken. Ob ich hier noch eine Axt habe. Nö, habe ich nicht. Was habe ich hier? 114 Schaden. Das kennen wir ja bereits. Und dann tue ich die Waffe jetzt einfach mal mit hier rein und halt aufheben. Und die restlichen Sachen, ja, die können wir ruhig mal wieder einschmelzen. Ziehen wir es halt so rein. Wenn es nicht so will, wie es will. Keine Ahnung, warum es gerade leckt. Ein kleines bisschen. Wahrscheinlich irgendwelche Updates. Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt extra. Man sieht ja trotzdem, was im Hintergrund passiert. Das ist ja nicht so schlimm. Sind es halt mal ein paar Bilder weniger pro Sekunde. Und damit verabschiede ich mich von dem ersten erfolgreichen Let's Open Legendary Items. Also Let's Opening Legendary Items. Auf Englisch. Lasst uns Legendary Items öffnen. Nochmal auf komplett Deutsch. Das gerade eben vorher war so ein kleiner Mix aus Deutsch und Englisch. Und 56 Stück haben wir geöffnet. Und das denke ich mal, werde ich jetzt auch so beibehalten, dass ich das immer ein kleines bisschen zusammenschneide. Und wenn ich mal mehr Inventar habe, also wenn mir Crafting 2.0 mal erlaubt, dass ich mehr Inventar besitze, dann kann ich das natürlich auch anders darstellen. Gut, das wäre es dann erstmal aus der Welt von Tragensang Online. Bis dahin, tschüss, euer Zardas.